Hey, träum nicht. Wir sind gleich da. Diese Blumen wurden für Madame abgegeben. Danke. Wer hat sie denn geschickt? Monsieur Husson, Madame. Warum haben Sie mir die hier hingestellt? Ich sammle die Scherben schon auf. Ist nicht so schlimm. Es war frisches Wasser. Was ist denn heute nur mit mir los? Das war's. Das war's.